Hallo ihr süßen Pupis, ich bin Sorge Drasica Packer, heute live aus Berlin und ich bin gerade auf dem Weg ins Palace Hotel und wurde gerade abgeschottelt von einem sehr netten Shuttle-Fahrer, der war schon früher da als ich, weil er sehr pünktlich war. Und das der Klausi, der kommt heute mit und wir gehen heute ins Palace Hotel, weil da macht nämlich die Stöckel heute ihren Dschungelauftakt, weil der Dschungel beginnt mal wieder, ich glaube im 15. Jahr oder so und die Stöckel hat er früher da auch mal mitgemacht und die machte traditionell immer dann so einen Auftakt im Public Viewing mit ganz ganz viel operierten B-Promienten und auch mir und da freue ich mich sehr und wir gehen jetzt mal gleich zusammen auf dem roten Teppich. Das Palace Hotel befindet sich in der Budapester Straße, ich war da noch nie drin. Klausi, warst du da schon mal drin? Bisschen glaube ich. Bisschen? Also ein bisschen war Klausi schon mal drin und das Tolle ist ja, wenn die Stöckel sind organisiert, dann ist das auch wirklich immer durchorganisiert. Also zum Beispiel auch, dass man mit dem Shuttle abgeholt wird, das ist finde ich immer ganz ganz toll und ich trage heute Haare von Leilalicious, ein kleiner Werbeblock. Guck mal da, Hotel Palace und jetzt steigen wir gleich mal aus. Mal gucken, wie ich das sexy hinbekomme. Dankeschön. Guten Abend. So, danke, tschüss. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte zum Stöckel. Die zweite Etage. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. War das jetzt die Ochsenknecht oder nicht? Die sah aber aus wie die Ochsenknecht. Ich bin heute doch sehr hochwertig. Und Klausi trägt heute Paillette. Es ist ganz ungewohnt, dass ich keine Paillette trage und Klausi trägt seine Ausgehpaillette. Einer muss ja. Einer muss ja. Für Garderobe wird nicht gehaftet, das ist nicht so schlimm. Klausi, wollen wir uns aufhängen? Ja, guten Tag. Guck mal, ich habe bei dem Leicht. Der ist von Ikea. Der ist von Ikea. Ach, jetzt stehen die hier an. Guck mal hier. Die stehen da an. Seht ihr mal, das ist der Saal. Es sind schon diverse Menschen hier. Da ist der rote Teppich. Ach, guck mal, Rolf Scheider ist gerade gekommen. Pass mal auf. Irgend so eine, der wird jetzt gerade interviewt, ich glaube von Energy oder so. Da wurde ich auch schon fotografiert. Ich hoffe, die Fotos sind gut geworden. Weil normalerweise sehe ich auf so roten Teppich Fotos immer beschissen aus. Weil ich dann immer nicht weiß, wie ich stehen soll. Ach, guck mal, da sind aber auch immer die Stöcke. Die Stöcke ist natürlich... Ach, und da ist der Rainer Langhans. Das ist der aus... Ich glaube, der war auch mal im Dschungel. Du bist doch die vom RBB. Ja, genau. Ja, guten Tag. Bist du die Tochter? Ja. Ich bin Jessica. Hi. Hi. Ja, gerne. Oh. Ja, warte, ich komme, ich komme. Nee, bleib mal oben oben, wenn man nur sieht, wie leid ich bin. Da ist die Ruda Puda. Hallo, guten Abend. Und die macht heute eine auf Päusen-Aivy-Hanskale gewählt. Ja, genau. Sehr dschungelig bist du heute. Ja, ich dachte, was kann man zum Dschungel-Public Viewen anziehen? Ja, 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 ja. Entweder Panther, ähm, Tigerprint oder Päusen-Aivy-Wing. Nee, nicht gut. Da, immer da, wo es glitzert, ist Gisela Muth. Seht mal da. Da ist die Gisela Muth. Entschuldigung. Da ist die Gisela Muth. Guten Tag. So, jetzt gehen wir. Und die Gisela Muth hat natürlich wieder ihren Mann mit dabei, weil der ist immer mit dabei. Guten Tag. Ah, guten Tag. Ihr seid beide wieder da heute. Willst du mit rauf? Bestimmt, oder? Bestimmt, so sicher. So, seid ihr? Wir haben uns das letzte Mal gesehen beim Geburtstag von der Stöckel, da im Kriminaltheater. Das ist, glaube ich, anderthalb Jahre her. Ihr seht immer noch genauso aus wie vor anderthalb Jahren. Oh, na ja, Gott sei Dank. Gisela Muth ist ja meine persönliche Ikone, weil diese Frau ist für mich die personifizierte Patsy Stone. Oh, ich finde die toll. Oh, ich wollte ja hier noch durch. Da ist die Candy Crash. Hallo zu Jessica. Hallo, guten Tag. Hallo, Leute. Alles gut? Das ist der Mario. Hallo. Auch ein YouTuber. Oh Gott, ich heiße auch mal. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Heute, heute gar nicht geschminkt. Also nur... Gar nicht geschminkt, das ist ein richtiger, ja? Ja. So ganz, ganz leicht geschminkt. Oh, na. So eine Apfelspalte. Hm. Was gesunde Spalte. Nebelina Apfel. Nein, hast du nicht. Genau daneben. Entschuldigung. Guck mal, jetzt werden hier der Langenhans und die Tanja Schumann, werden da jetzt fotografiert. Wo ist eigentlich mein Mann? Bist du Gast oder wirst du dafür bezahlt? Ich bin Gast. Ach ja, kannst du dir leisten, ne? Sonst werde ich nicht eingeladen. Naja, mit den Spinnen das aussieht. Warte mal, guck mal. Das ist ja toll. Da liegt ein nackter Mensch drin. Da liegt ein nackter... Ach, da bist du. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist aber sehr freundlich. Vielen Dank. Sie darfst nicht sprechen wahrscheinlich, ne? Sie darf nicht sprechen? Nein. Sie darf alles. Mit dir darf sie alles. Mit mir darf sie alles. Mit mir darf sie alles. Jetzt habe ich hier einen Apfel. Jetzt habe ich hier natürlich einen Apfel. Ich will gar keinen Apfel. Ich verstecke den Apfel jetzt. Warte mal. Ich werde den Apfel einfach beim Stöckel auf den Thron hinlegen. Das geht schnell weg. Also hier gibt es ein Promo... ein Promogefäß. Mit einem Sexspielzeug von ASDE. Und ich weiß halt nicht, was das ist. Ich vermute, es ist ein Scheidenspielzeug. Klausi, hältst du mal ganz kurz? Ich muss mal kurz aufmachen. Ich weiß. Ich weiß. Du bist w great, der Du bist wahr Nerf. euch DANCH SCHÜCKD